Du haust bei deiner ersten Show einfach mal auf die Kappe. Dankeschön! Ich finde, Jan ist ein wahnsinniger Entertainer. Neben der ganzen Magie hat er es einfach drauf, das Publikum wirklich mitzunehmen. Und man hat einfach einen wundervollen Abend verpasst, in dem man einfach unglaublich viel gelacht hat. Es gibt ja so diesen Trend. Höher, besser, schneller, weiter, gefährlicher, lauter, mehr Pyro, mehr dies und das. Wenn man tatsächlich so Rücken an Rücken, Po an Po ist, dann hat man eine sehr innige Verbindung. Oder man hat halt ein zweites Buch in der Hand. Bevor wir dort angefangen haben, erinnerst du dich, habe ich dir einen Briefumschlag gegeben. Das ist ebenfalls der Kriegkönig. Hörst du, dass wir beide in deine Zukunft schauen können? Ihr habt genau das gemacht, was ich von euch wollte. Ihr habt hier Liebe gefunden. Ich sage vielen, vielen Dank! Einen tollen, unterhaltsamen Abend mit ganz vielen neuen Sachen, die man vielleicht so nicht im Alltag hat. Und einfach jede Menge Spaß und tolle Menschen, die da auf der Bühne standen. Ich bin hier ohne Vorstellung mit hergefahren, habe mich einfach überraschen lassen und hatte von der ersten Sekunde an Spaß viel gelacht. Also hätte ich bereut, wenn ich nicht hergekommen wäre.